Hallo zusammen, heute haben wir das Thema Onboarding, das sogenannte Drei-Phasen-Modell. Einige Fachwirte hatten es bereits schon in den Prüfungen, zum Beispiel die Wirtschaftsfachwirte hatten es in der Frühjahrsprüfung 2021. Wir schauen uns es mal kurz an und gehen mal ein bisschen tiefer in die Materie rein, damit ihr dann grob wisst, um was es überhaupt geht. Los geht's! Das Drei-Phasen-Modell besteht natürlich aus den drei Phasen Vorbereitung, Orientierung und Integration. Die erste Phase beginnt mit dem Vertragsabschluss und die letzte Phase endet dann in der Regel mit Ende der Probezeit. Welche Phasen gibt es genau, diese schauen wir uns jetzt an. Phase 1, die Vorbereitungsphase, beginnt mit Vertragsabschluss des Mitarbeiters und endet dann bei seinem Arbeitsantritt. In dieser Phase ist alles gekennzeichnet durch die Planung. Das heißt, es wird festgelegt, wer sich um die Einrichtung des Arbeitsplatzes und dem technischen Equipment kümmert. Wer die Information an die Kollegen vornimmt, dass ein neuer Mitarbeiter bald kommen wird. Die Auswahl eines Paten, der den Mitarbeiter dann eine gewisse Zeit lang betreut, die sogenannte Abteilungsrotation. Das heißt, wenn er zum Beispiel der Mitarbeiter in der Logistik anfängt, dass dann auch solche Rotationen stattfinden, in der Buchhaltung, in der Produktion oder auch in der Administration. Wichtig ist dann auch ein sogenannter Einarbeitungsplan, wo der Mitarbeiter dann weiß, was muss er bis wann können und natürlich auch erste einfache Tätigkeiten beinhaltet. Auf geht's zur Stufe und Phase 3. In der zweiten Phase, der Orientierungsphase, welche bei Arbeitsantritt beginnt und nach ca. 3 Monaten endet, dreht sich alles um die erste physische Begrüßung. Also das heißt, wer begrüßt ihn, wie wird er begrüßt, wer empfängt ihn. Weiterhin wichtig sind sogenannte Teambuildingsmaßnahmen, wo dann einfach einige Unternehmungen, z.B. klassisch ist z.B. der Besuch in einem Kletterwald, gemeinsam vorgenommen wird und ein sogenanntes gegenseitiges Kennenlernen stattfindet. In dieser Phase ist auch die Rotation, also die Rotation durch verschiedene Abteilungen gemeint, wo dann auch der neue Mitarbeiter, Ansprechpartner kennenlernt, welche ihnen in seinem zukünftigen Tätigkeitsfeld helfen können. Oftmals ist es auch sehr sinnvoll, gleich am ersten Arbeitstag ein gemeinsames Mittagessen mit dem Team und den neuen Mitarbeitern dann auch durchzuführen, weil das etwas ungezwungener ist und dann natürlich gleich ein Zusammengehörigkeitsgefühl gebildet werden kann. Wichtig ist auch sogenanntes Networking, also das oben angesprochene Ansprechpartner kennenlernen, zu wissen, wer wo arbeitet und wer einem auch vielleicht helfen kann. In der Orientierungsphase ist dann aber auch die Einarbeitung und auch Weiterqualifizierung gemeint, also wenn der Mitarbeiter Defizite aufweist, dass diese gleich durch Weiterbildungsmaßnahmen, sei es in-house oder auch bei externen Qualifizierungsanbietern möglich ist. Ganz wichtig sind auch die sogenannten Feedbackgespräche durch den jeweiligen Vorgesetzten, wo ein kurzer Abgleich des Wissensstandes und auch dem Wohlfühlempfinden des Mitarbeiters immer wieder stattfindet. Wir empfehlen maximal immer nach vier Wochen dies durchführen zu können. Auf geht's zu Phase 3 Die dritte Phase, die sogenannte Integrationsphase, beginnt ca. drei Monate nach Arbeitsbeginn und endet in der Regel mit der Probezeit. Hierbei ist zu beachten, dass möglichst Job Rotation stattfinden soll. Also, wo sind Schnittstellen, wo sind die richtigen Kontakte? In der Job Rotation ist es ja so, dass der Mitarbeiter alle Tätigkeitsfelder in der eigenen Abteilung kennenlernt und sich da natürlich Wissen aneignet, was natürlich auch dazu führt, dass z.B. wenn ein Mitarbeiter in der Abteilung krank wird, dass alle anderen Mitarbeiter diese Tätigkeiten ersatzweise ausführen können. Wichtig ist es auch natürlich, hier Weiterbildung anbieten zu können, besonders fachspezifische Anbieter auszuwählen, welche z.B. in einem Zollprozess oder in einem Marketingprozess bestmögliche Qualität liefern können. Weiterhin wichtig, immer daran denken, Mitarbeiter- und Feedbackgespräche zu führen. Auch hier empfehlen wir einen Rhythmus von vier Wochen. Zum Abschluss empfehlen wir natürlich auch immer Team-Events stattfinden zu lassen, diese mindestens dann auch in diesen Bereichen bis zu Ende der Probezeit mindestens noch einmal stattfinden zu lassen, damit der Mitarbeiter bestmöglich kennengelernt werden kann und natürlich auch sich einer besonderen Wertschätzung durch das Unternehmen, Mitarbeiter und den Vorgesetzten bewusst wird. Die Vorteile eines sauber durchgeführten Onboarding-Prozesses ist z.B. eine hohe Motivation, weil der Mitarbeiter sich willkommen und zugehörig fühlt. Außerdem, ganz wichtig, der erste Eindruck ist immer wieder bleibend und dieser wird natürlich dann auch im Freundeskreis, in der Familie oder auch auf Jobportalen wie z.B. Kununo schriftlich festgehalten. Weiterhin sind eingearbeitete Mitarbeiter wertvoll, da sie schnell ihre Produktivität erreichen. Zufriedene Mitarbeiter sind natürlich auch ein kostenloser Werbeträger für weitere Fachkräfte, weil natürlich sich im Freundeskreis dann auch schnell rumspricht, welche Firma Vorteile bietet und dies z.B. nicht nur finanziell, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich. Ein weiterer Vorteil ist der Wissenstransfer über Abteilungen hinweg und z.B. erkennt ihr dann auch die richtigen Ansprechpartner und kann dann natürlich auch gleich eine hohe Wertschöpfung erreichen. Das ist ein Phänomen, welches z.B. auch bei Azubis sichtbar wird, welche dann ins Arbeitsverhältnis übernommen worden sind, weil sie oftmals gleich zu Beginn ihrer richtigen Arbeitstätigkeit wissen, an wen sie sich wenden können, wer zuverlässig ist und wer aber auch nicht. Nachteile entstehen natürlich durch die zuerst höheren Aufwendungen und diese Kosten, aber die werden in der Regel bei einer erfolgreichen Übernahme des Mitarbeiters in einen Vorteil umgewandelt, da bei dem Mitarbeiter natürlich Know-how aufgebaut wurde. Weiterhin ist es ein Nachteil, wenn der Onboarding-Prozess nicht sauber, nicht klar kommuniziert und auch durchgeführt wird, da z.B. es zu Missgunst führen kann, wenn ein Mitarbeiter einen sauberen Onboarding-Prozess erlebt hat, sich wertgeschätzt fühlt und ein anderer Mitarbeiter das natürlich nicht erleben durfte. Das Fazit lautet daher, erst investieren, dann profitieren. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema etwas aufschlüsseln und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut.